Oli, jetzt hab ich voll einen Anfall. Oh fuck, Digga, da ist grad was lang gerannt. Wo das? Das war deine Schwester. Endshaft auf geht's, Digga. Komm da. Also, was ist hier? Haben wir die Frau gefloot? Mittlerweile. Na Oli, erschrocken? Ja. Ich hab halt, ich hab halt null Munition. Na komm her. Hast du keine Waffe? Nein, nein. Meine Pistole ist leer. Hä? Na, wo hast du denn, wie hast du Geld gemacht? Hä? Ich hab zwei Türen geöffnet für euch, ihr Lappen. Du hast niemals zwei Türen geöffnet, du hast nur vier Kills gemacht, die wir raus können. Dann geht's nicht hören, Alter. Wem ist ihr F***? Finn, du dummer Uhren, so halt die Fresse. Oh, fuck. Mann, Juri, das war ein... Du Idiot. Mann, Peggy. Oder halt als Ende. Oder halt als Ende. Das war ein Abschluss. Oh mein Gott. Scheißdreck. Oh nein. Oh nein. Was denn? Hast du... Hast du... Hast du kein Kästern ist dabei, oder? Nee. Scheißdreck. Soll ich hier bleiben, damit es nicht die spawnen? Nee, 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 passt schon. Die können fliegen hier, das ist nervig. Und ihr könnt ja... Hä? Nein! Was hast du getan? Nein, Yoshi! Nein, das gibt's nicht! Was denn? Nein, Yoshi! Nein, das gibt's nicht! Das hast du jetzt nicht getan! Was ist das denn? Nein, Yoshi! Oh mein Gott! Nein, Yoshi! Was denn? Was denn? Du hast die Empress of Light beschworen! Du musst es aber auch nicht schon beteiligt hätten! Du musst es aber auch nicht schon beteiligt hätten! Haha, Digga! All das Sven, hören sie auf! Wehe ich schon, wo sie sind! Ich rieche es an deinem Geruch! Das ist eine Lüge! Sven, ich komme mit Kraftstoff! Kannst du mit Kraftstoff? Ui, Pisswasser! Houston! Houston, ich glaube, das ist immer ein Problem! Wissen Sie es! Mal aborten! Mal aborten! Schnell! Hier geht's nicht lang! Houston, ich habe noch ein Problem! Noch einmal aborten! EXPLOSION! Und ja! Geh rein! Geh rein! Uh! Christiano Ronaldo und Katma wieder zugestanden! And this is Minecraft Spaß! Alter, die Baller mit Bogen! Die Baller mit Bogen! Die Baller mit Bogen! Alter, du Hohenzone! Ich habe keinen Blocker! Oh, du Hohenzone! Alter, ich habe eine Spitzhacke! Du scheiß Kind of Speed! Nein! Du Hohenzone! Ich glaube, Remo Reit wird wahrscheinlich als Futter enden! Warum das? Das Kanonenfutter! Weil er absolut scheiße ist! Der hat eine scheiß Fähigkeit und er hat eine scheiß Persönlichkeit! Persönlichkeit, lol! Persönlichkeit! Meins Wesen! Mann! Ja, Mann! Gott, bin ich schnell! Ich bin wie Parasiten in mir, warum bin ich so schnell? Kann ich so schnell mit dem Messer entgehen, weil ich eine Frau bin? Aber zuerst mal muss ich auf Toilettchen gehen, weil ich bin ziemlich blasendrücklich ausgedrückt! Okay, ich habe das Spiel gestartet! Was? Ich habe das Spiel gestartet! Was? Ich habe das Spiel gestartet! Was? Ich habe das Spiel gestartet! Ich habe das Spiel gestartet! Das interessiert mich? Nein, aber deine Mami... Ha! Ich weiß! Ach ja, hast du dir jetzt eigentlich gute Besserungen von mir bestellt? Habt's gemacht, ja! Wer langzeit schon mit das Zeug... Geht's dir besser? Ja! Geht's dir schon viel besser! Ja, siehst du? Das ist die Verregel! Hals im Pressfall! Nichts mit Technologien! Was? Nein, die gelegentlichen Hausbesuche machen sie ganz glücklich! Ich habe in der Zeit noch einen Mika Osthasen geholt, um den ganzen Schmerz runterzubürgen, den ich gerade ausgeschissen habe! Und wie man einen Schoko hat, noch richtig isst, man frisst ihn von unten und nicht von oben! Äh, das nicht! Weil... Man frisst doch erst die Beine von seinen Opfern und nicht von seinen Kopf! Die müssen nämlich noch leiden! Nein, ich bin kein Psychopath! Äh... WTF? Hahaha! Hahaha! Was hast du gemacht? Hahaha! 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 Digga! Was war denn das? Hahaha! imizi MDR 16 MDR 16 MDR 17 Untertitelung des ZDF, 2020